Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Heute geht es um die ersten Schritte. Was mache ich auf Level 120, um meinen Charakter zu verstärken, um meinen Charakter zu verbessern? Das ist egal, ob ihr Tank seid, ob ihr Heiler seid, ob ihr jetzt wie in meinem Fall Schurke seid, Hexer, völlig wurscht. Es geht nur darum, wie kommt ihr schnellstmöglich an euer Gear und wie könnt ihr schnellstmöglich loslegen in World of Warcraft. Bevor wir damit starten, möchte ich nur ganz kurz anmerken, dass zu meinem Video, wo ich mich bei der Community bedanke, mega viele Kommentare kam. Ich habe mit Absicht auf diese Kommentare nicht geantwortet, weil sonst gibt es wieder ein Danke-Video zum Danke-Video oder einfach nur Danke-Interception. Trotzdem, Leute, nichtsdestotrotz bei diesem Video so viel Support habe ich, glaube ich, in meiner ganzen Stream- und YouTube-Karriere noch nie erfahren, so wie in letzter Zeit. Und das finde ich einfach mega nice von euch, deswegen freut es mich umso mehr, dass ihr mich einfach so hart supportet und deswegen macht es so viel Spaß, diese Videos und auch Streams natürlich, die wir jeden Tag machen, rauszufetzen. So, als allererstes, wenn ihr blank auf 120 seid, euer GS-Level, Gegenstandsstufe hier, sollte dabei am Anfang so, naja, 400 sein, vielleicht eher 370. Versuche ich, mit den Standard-Dingen anzufangen, das wären in dem Fall, so, dass ich hier reingehe, ich laufe dann zufällige heroische Dungeons oder sogar normale Dungeons nebenher. Ich zeige euch gerade mal hier die Gear-Kurve, das heißt also, wenn ihr auf unserem Level normale Dungeons lauft, bekommt ihr schon Gegenstandsstufe 400, was nicht schlecht ist. Und dann später bei Heroischen kriegt ihr schon 415, ja. Dungeons sind eine super Möglichkeit, um Gear zu sammeln. Ihr könnt euch da auch random anmelden, das heißt, ihr müsst nicht lange im Instanz-Tool durch die Gegend suchen, bis ihr eine Gruppe habt. Ihr könnt später sogar auch mythisch gehen, da gibt es 430, was eurem Charakter auf jeden Fall nochmal eine Ecke mehr Gegenstandsstufe bringt. Und das Schöne ist bei diesen normalen Dungeons, ich spreche jetzt gerade von normal, heroisch und mythisch, dass ihr auch hier die Möglichkeit habt, Azerid-Teile zu droppen. Das hier, gerade Azerid-Teile, sind am Anfang, naja, ich will es mal freundlich ausdrücken, schwer zu bekommen, vor allem die höheren Gegenstandsstufen. Deswegen macht es vielleicht wirklich Sinn, dass ihr versucht, für euren Charakter Azerid-Teile in der Höhe von 430 über diese mythisch Dungeons zu laufen. Übrigens, wenn ihr mythisch Dungeons laufen wollt und ihr seid vielleicht gerade ganz neu in World of Warcraft, könnt ihr gerade hier wie entdeckt aufs Tool gehen, ja, das ist hier unten dieses grüne Auge. Und dann geht ihr hier auf organisierte Gruppen, bei Dungeons und Schlachtzüge, könnt ihr Dungeons auswählen und könnt jetzt hier euren Dungeon auswählen. Wichtig hierbei zu wissen ist, dass diese einen Weekly Reset haben, das heißt, ihr könnt diesen Dungeon, diesen mythisch plus null Dungeon nennt man das, nur einmal die Woche laufen pro Dungeon. Und das macht aber gar nichts aus, denn es gibt ja dieses mythisch plus System, das heißt, ihr könnt alle anderen viel öfter laufen. Aber, mythisch plus null empfehle ich deshalb, wie gesagt, wegen den Azerid-Teilen und dieses plus null dahinter, hier hätten wir jetzt zum Beispiel so einen Dungeon, der ist jetzt gerade abgemeldet worden. Dieser mythisch plus null bedeutet mehr oder weniger, dass ihr einfach wie bei heroisch oder dem normalen Modus durch den Dungeon lauft und am Ende von jedem Bossfight euren Loot bekommen könnt. Okay, bei mythisch plus null ist es so, bei mythisch plus zwei bis, keine Ahnung, wie weit ihr spielen wollt, bis zwanzig sage ich jetzt einfach mal, verändert sich das ganze System. Und das ist vielleicht gerade für neue Spieler ein bisschen schwierig zu verstehen oder einfach ja anders. Und zwar, ihr erhaltet, auch nachdem ihr euren ersten normalen mythischen Dungeon hier abgeschlossen habt, einen sogenannten Schlüsselstein. Ein Schlüsselstein sieht so aus, wie hier im Charakterfenster von mir, in der Tasche von mir. Ich habe jetzt einen Schlüsselstein, der Schrein des Sturms, das sagt mir also an, für welchen Dungeon ich den eigenen Stein habe. Und die Stufe ist 13, darunter sind Affixe, denn bei mythisch plus, das ist also quasi alles, was nicht normal mythisch plus null ist, sondern drüber, gibt es verschiedene Affixe jede Woche. Und die sind teilweise daran angelehnt, dass die Dungeons sich einfach anders spielen. Sie werden immer schwerer und jede Woche gibt es halt andere Dinge, auf die man mehr achten muss. Manche Sachen sind eher schwierig für die Nahkämpfer, manche Sachen sind schwieriger für die Tanks. Es gibt Dinge wie zum Beispiel kleine Vulkane für die Firmenkämpfer, auf die man achten muss. Oder einfach nur verschiedene Affixe für Heiler, wo der Heiler auf gewisse Dinge achten muss. Zum Beispiel, dass das Target, also unsere Gruppe, niemals unter 90% Leben verfällt. Wenn es das tut, dann kriegen wir so eine Art Debuff und kriegen immer mehr Schaden und der Heiler hat dann Probleme, uns hochzuheilen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass der Heiler damit ja quasi nicht, wie sagt man, hinten rausfällt und dann irgendwann mal gar nicht mehr hinterherkommt. Genau. Also das war jetzt mal ganz kurz mythisch plus erklärt. Im mythisch plus, was passiert dort? Da läuft eine Zeit ab. Das heißt also, ihr müsst jetzt nicht euren Stein laufen. Ich empfehle das immer, dass ihr euren eigenen lauft, indem ihr einfach eine Gruppe aufbaut, dann einen Tank, einen Heiler und DD sucht oder halt das, was ihr noch braucht. Aber ihr müsst es nicht machen. Ihr könnt euch jetzt theoretisch auch bei einer anderen Gruppe anmelden, obwohl ihr den Stein dafür nicht habt. Wichtig ist immer nur, dass einer aus eurer Gruppe den richtigen Stein hat. Das heißt, im Normalfall bei den Gruppen, die ihr hier aussucht, sagen wir jetzt, ihr seid neu und ihr wollt jetzt einen mythisch plus drei Dungeon laufen. Hier hätten wir jetzt zum Beispiel einen Zweier. Das heißt, die suchen jetzt für Riesenflöts für den Dungeon. Hier könnte ich mich jetzt einfach anmelden und schon geht es auch los. Ja, die sind jetzt voll, deswegen abgebrochen. Aber so in der Art funktioniert es quasi. Ihr meldet euch einfach an für den Dungeon, wo ihr wollt. Plus zwei zum Beispiel und dann geht es los. Ich lehne jetzt hier ab, weil wir ja noch ein bisschen im Video erklären müssen. Es tut mir leid für die Gruppe. Und ja, das heißt also, ihr kommt in die Instanz rein. Da ist immer so ein kleiner Pillar. An dem könnt ihr einen Rechtsklick machen und euren Stein dann einlegen. Wenn ihr das gemacht habt und auf Loslegen klickt, also auf Starten, dann sollten sich bis zu diesem Zeitpunkt schon alle Leute in der Instanz befinden, Freunde. Denn dann geht es wirklich los. Ihr könnt dann erstmal so nicht mehr abbrechen. Zumindest nicht ohne diesen Keystone zu depleten. Was bedeutet jetzt depleten? Und zwar ist es, wenn man diesen Stein hier nicht schafft, also wenn ihr quasi den Dungeon nicht abschließen könnt, weil ihr zu schwach seid oder weil vielleicht jemand die Gruppe verlässt oder so, dann könnt ihr rausgehen aus dem Dungeon, Rechtsklick auf euch machen und dann hier die Instanz zurücksetzen. Dann ist euer Stein direkt kaputt. Er ist dann immer noch für den gleichen Dungeon zuständig, aber eine Stufe niedriger, damit ihr quasi es nochmal versuchen könnt. Und ja, so zieht sich das dann durch den Dungeon. Es gibt ein Zeitlimit. Das heißt, ihr könnt nicht einfach ganz gemütlich spielen, sondern ihr müsst da wirklich relativ fix durch. Was schade ist bei Mythisch Plus für euch persönlich ist, also ihr kriegt zum ersten Mal kein Loot bei den Bossen und ihr kriegt keine Azerid-Teile. Das gibt es nicht bei Mythisch Plus in den Dungeons drinne. Da kommen wir nachher auf die Wochenkiste. Da werde ich euch gleich erzählen, wie das funktioniert. Am Ende des Dungeons, wenn ihr alles gespielt habt und quasi die große Truhe auf euch wartet, dann kann ein Gegenstand von allen Bossen hier droppen für euch. Das ist Glückssache natürlich, wie immer in WoW. Aber wie gesagt, Azerid-Teile, die im Dungeon verfügbar wären, sind in Mythisch Plus nicht dabei. Die gibt es da einfach nicht. Ja, so. Weiter, um das System ein bisschen zu erklären, muss man aber dazu sagen, dass je nachdem, wie hoch euer höchster Schlüsselstein diese Woche war, bekommt ihr am Ende der Woche, das heißt also am Mittwoch ist ja immer Reset, am Mittwoch bekommt ihr dann hier eine schöne große goldene Kiste, wenn ihr einen Dungeon abgeschlossen habt. Und wie gesagt, je höher euer Kiva, je höher euer höchster Dungeon, den ihr selbst gelaufen seid, war, desto höher ist dann auch die Belohnung darin. Und das kann so hoch gehen bis zu Stufe 15. Das ist die höchste wöchentliche Belohnung, zumindest an Gier, also quasi an Klamotten, die ihr da rausbekommt. In meinem Fall jetzt, ich habe diese Woche einen 15er Stein abgeschlossen. Das heißt also, wenn ich hier mit meiner Maus drüber fahre, kann ich direkt sehen, aha, ich bekomme einen Teil der Gegenstandsstufe 475. Und das ist natürlich super. Das ist ein sehr hohes Gierteil. Wenn ihr erstmal anfangt, werdet ihr wahrscheinlich nicht in der ersten Woche 15er Steine laufen. Macht aber nichts, Freunde, denn ihr solltet auf jeden Fall auf eurem neuen Charakter versuchen, den höchstmöglichen Stein zu laufen. Und behaltet es einfach im Kopf, Leute, wenn ihr hier seht, dass ihr quasi einen hohen Stein gelaufen seid. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier einen 7er Key drin hättet und ihr geht mit eurer Maus hier drüber, dann steht hier direkt auch dabei, was passiert denn oder wann bekommt ihr mehr Gier am Ende der Woche. Wenn ihr zum Beispiel einen 9er lauft oder so oder einen 10er, das steht da extra dabei. Dann habt ihr eine kleine Info. Vielleicht sollte ich mich noch trauen, statt dem 5er Key doch einen 7er noch zu laufen. Das steht hier dann immer extra im Interface dabei. So, jetzt kommen wir mal zu einem nächsten Punkt, der direkt Mythisch Plus betrifft. Und zwar gibt es hier unten einen Händler, der Lieferant für exquisite Ausstattung. Wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr euch hier die beliebten Azerid-Teile kaufen. Im normalen Interface sieht das so aus. Die kleinen kosten nur 175 Titanen Residium. Das ist dann schon 4,45 Azerid-Teil. Ihr könnt euch direkt auch aussuchen, ob Kopf, Schulter oder Brust. Und das gleiche gilt dann hier unten. Da seht ihr jetzt quasi, das kostet schon 900. Da ist es dann Gegenstand Stufe 460, Kopf, Schulter oder Brust. Noch höher gilt es dann für die Leute, die schon höhere Keys laufen oder einfach schon mehr Zeit in Mythisch Plus verbracht haben. Da kann man dann 4,75er Teile bekommen. Auch wieder random ein Kopf, eine Schulter oder eine Brust. Wenn ihr die kauft, egal welches dieser Teile, klickt ihr drauf und dann kriegt ihr ein random irgendein Gegenstand und müsst natürlich hoffen, dass es für euch der richtige ist. Wenn ihr richtig sparen wollt, das wird die meisten Anfänger erstmal nicht betreffen, könnt ihr für 20.000 Punkte direkt euer richtiges Teil kaufen, indem ihr durchscrollt und euch einfach anschaut, was sind die richtigen Stats. Beziehungsweise in diesem Fall sind es ja keine Stats, sondern diese Azerid-Talente. Die könnt ihr dann quasi hier alle direkt anschauen, was es so gibt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, Titanenresidium, Händler, alles gut. Woher bekomme ich das Zeug? Wo kriegst du das her? Und da kommen wir jetzt wieder auf die Mythisch Plus Kiste zu sprechen, denn es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie man an das Zeug kommt. Und Möglichkeit Nummer 1 ist die wöchentliche Kiste. Je höher ihr gelaufen seid mit eurem Mythisch Plus, desto mehr von diesem Titanenresidium bekommt ihr. Und deswegen lohnt es sich auch allein schon dafür, dass ihr den höchstmöglichen Dungeon mit euren Freunden oder mit Random-Spielern lauft. Die zweite Möglichkeit, wie ihr an Titanenresidium kommt, ist der Verschrotter. Den kennt ihr ja sicher alle. Falls ihr jetzt ein ganz neuer Spieler seid, möchte ich das trotzdem zeigen, wo der steht. Okay, also bitte seid nicht sauer, wenn ich dieses Video ein bisschen länger ziehe. Aber ich möchte den Leuten wirklich zeigen, wo ist was. Wir sind hier jetzt quasi gerade in der Hordestadt. Bei Allianz sind die Händler woanders. Aber wenn ihr fragt im Chat, wo ist der Titanenresidium-Händler, werden die Leute euch sicherlich helfen. Wir waren also quasi gerade hier oben im großen Siegel. Da war die Kiste drin. Das heißt, wenn ihr reinkommt, direkt der erste Eingang rechts. Das, das wisst ihr ja. Und, ähm... Moment, sorry Leute. Ah, das tut mir echt leid immer. Ähm, so. So, und... Das war das große Siegel. Ihr lauft rechts rein und holt euch eure Truhe. Ähm, jetzt waren wir gerade hier unten am Hafen. Auf der Map könnt ihr es ja noch sehen. Hier ungefähr ist der Titanenresidium-Händler. Und jetzt fliegen wir wieder hoch Richtung großes Siegel. Äh, denn dort ist der Schrotter. Und beim Verschrotter könnt ihr normale Azerid-Rüstung, die ihr quasi nicht mehr braucht oder so, könnt ihr nehmen. In meinem Fall jetzt zum Beispiel hier dieses 445er-Teil. Ähm, könnt ich jetzt nehmen. Und dort verschrotten. Und alle Azerid-Teile, die ihr dort verschrottet und vom aktuellen Content sind, da, die geben euch Titanenresidium. Natürlich nur ein bisschen, aber gerade am Anfang freut man sich über jeden Punkt, weil man vielleicht eben, weil einem eine Brust fehlt oder Schultern. Und, äh, deswegen ist es natürlich richtig, richtig nice, wenn ihr darüber euer Gear bekommen könnt. Und das hier ist jetzt also der Schrotter. So sieht das Ding aus. Wenn ihr den noch nicht anklicken könnt, am Anfang müsst ihr hier erstmal mit dem Schrottmeister eine Quest machen. Ähm, das heißt also, den Kerle erstmal ansprechen. Und dann könnt ihr hier quasi den, den Schrotter auch benutzen. Äh, wir machen das jetzt wie gesagt nicht, aber es funktioniert ganz einfach und ich wollte euch nur zeigen, wo der ist. Deswegen zeige ich es euch auch nochmal auf der Map. Äh, erst quasi direkt hier die Treppen runter und dann hier unten links. Okay, vom großen Siegel, wo ihr, äh, sobald ihr Stufe 120 seid, eh schon ein, zweimal wart. Okay, als nächstes, ähm, jetzt haben wir mal M+, als Gearquelle, ähm, bisschen abgedeckt. Zumindest mal oberflächlich. Äh, als nächstes versuche ich euch mal zu erklären, wo kann man denn mit PvP sein Gear herbekommen. Denn das wissen vielleicht auch nicht alle, die frisch mit, ähm, Battle for Azeroth auf 120 anfangen. Und zwar das gleiche, wie wir gerade für M+, besprochen haben, gibt es auch nochmal für PvP-Spieler. Und ich empfehle da den Leuten, die frisch anfangen, einfach beides mal zu testen. Vielleicht gefällt euch ja PvP sogar mehr. Oder M+, mehr. Hm, und hier ist nämlich jetzt die Kiste für PvP. Beim PvP, ihr seht hier auf der Map, ist es ein bisschen weiter drüben. Da könnt ihr auch hinlaufen, hier über die Brücke rüber und rein. Ist es ein bisschen anders wie beim PvE. Wir haben ja gerade gesagt, hier reicht es quasi, wenn ihr einen Dungeon in der Woche abschließt und euer höchster Dungeon gibt euch dann quasi, ähm, ja, vor, wie hoch eure Gegenstandsstufe ist, in der wöchentlichen Kiste. So, bei PvP sieht das Ganze anders aus. Denn dort spielt ihr quasi im Zweier, im Dreier oder im Zehner. Ähm, das ist quasi Pre-Made-Content nennt man das, also wo man vorher schon seinen Kollegen suchen muss. Das heißt, ihr geht also auf Spieler gegen Spieler und sucht euch dann hier eine Gruppe. Okay, oder ihr könnt natürlich selber eine Gruppe erstellen. Zum Beispiel, ich bin neuer Spieler oder einfach nur, ähm, keine Ahnung, Cap, so nennt sich das Ganze, um den Abschluss dieser Kiste zu bekommen, for fun oder so. Ähm, oder ihr nehmt euch einfach einen Freund. Das ist immer am einfachsten, wenn ihr mit Freunden spielt. Also nehmt ihr euch einfach einen Freund und sagt, hey, ich will mal das Cap machen, kannst du mir helfen, ja? Ja, da könnt ihr auch noch auswählen bei Details, dass ihr irgendwelche Infos reinschreibt, dass ihr eine Minimalgegenstandsstufe reinnehmt. Das würde ich jetzt als Anfänger nicht machen. Ihr könnt sogar Voice-Chat reinschreiben und das Programm dazu hinzufügen, zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich möchte Bnet-Chat haben. Ähm, sowas kann man auch machen. Also, ja, spielt damit rum, probiert euch aus, alles gut. Ihr könnt aber diese Punkte auch über normalen Content bekommen. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr zufällige Schlachtfelder abschließt, epische oder Arena-Geplänke oder in dem Fall jetzt gerade die sechsrichtige, die Rauferei. Hier rechts steht immer, was ihr als Siegesbelohnung bekommt. Und hier gibt's einmal die Ehre, die leider in World of Warcraft nicht mehr wirklich viel bringt. Ich hoffe, das ändern sie zum neuen Add-On. Und drunter gibt's die Eroberung. Die Eroberung ist quasi unsere Ressource, ähm, um diesen, dieses Cap zu füllen. Das heißt, hier oben habt ihr einen Balken und ihr braucht jede Woche 500 Eroberungspunkte und dann ist eure Kiste voll und ihr euch erwartet dann mittwochs wieder hier eine schöne pralle Kiste. Ja? Ihr seht jetzt hier, ist so eine kleine Belohnung und bei mir wäre das jetzt gerade eine Azerit-Brust, was natürlich für Anfänger, frische Spieler, sehr nice wäre, sehr schön, äh, sowas schnell zu bekommen. Diese Brust bekommt ihr aber nicht aus der Kiste, sondern diese Brust oder andere Teile, die dann hier bei euch drinstehen, ich glaube, am Anfang ist es immer eine Waffe, bekommt ihr, sobald euer Cap hier voll ist, das heißt also, ihr habt 500 von 500 Punkten, bekommt ihr hier daneben bei diesem netten Freund, ich glaube, es ist der Xander Silbermann, bekommt ihr das, könnt ihr den anklicken, dann könnt ihr hier eine Quest abgeben, bei mir ist sie jetzt natürlich ausgegraut, die Eroberungsbelohnung und dann könnt ihr aus einem von verschiedenen Teilen auswählen und bekommt es aus eurer Quest, wichtig ist. Ihr müsst die Quest quasi abschließen, damit ihr dann am Ende der Woche eure, ähm, eure Truhe bekommt, okay? Ihr könnt aber auch mehrere Quests hier abschließen, wenn ihr dieses, ähm, diese Punkte öfters füllt und könnt mehr Gier bekommen für euren Charakter, denn man kriegt normalerweise, kann man dieses Cap einmal die Woche füllen, wenn man jede Woche seit Beginn der Season startet. Jetzt startet ihr vielleicht später in der Arena Season und dann könnt ihr quasi dieses Cap öfters füllen und öfters die Quest abgeben innerhalb von einer Woche, um richtig schnell richtig cooles Gier zu bekommen, gerade für Anfänger. und, ähm, trotzdem, obwohl ihr diese Quest quasi abgebt und Belohnung kriegt, bekommt ihr am Ende der Woche, also mittwochs, wirklich nochmal eine Kiste, wo was ganz anderes drin sein kann. Und was denn jetzt hier drin sein kann, das entscheidet die Höhe eures Arena Ratings oder Schlachtfeld Ratings. Das höchste Rating, was ihr wöchentlich gemacht habt, zählt immer. In meinem Fall habe ich diese Woche, der Charakter ist erst quasi, äh, zwei Tage in Bespielung, ihr seht es ja im Stream, es läuft klasse, äh, aber ich habe erst 1424 erreicht, also 1400er Rating, äh, das bedeutet, ich bekomme jetzt hier am Ende der Woche einen Gegenstand 455, äh, raus. Das kann übrigens auch ein Azerid-Teil sein. Äh, bei PvP, ich weiß nicht, warum sie es so gemacht haben, kann man Azerid-Teile auch aus der Kiste bekommen. Im PvE M+, haben wir ja gerade erklärt, gibt es es nur durch dieses Titanen-Residium. Ähm, aber ja, spannend auf jeden Fall. Wenn ich ein Anfänger wäre, und ich zeige das ganz oft in meinem Stream, weil ich gerade immer Twinkskier und aktuell auf meinem Schurke-Mega viel Spaß habe, würde ich es so machen, dass ihr versucht, in eurer ersten Woche, wo ihr 120 seid, auf jeden Fall diese Truhe zu erhalten, auch wenn ihr kein Arena spielt, weil ihr euch vielleicht nicht traut, oder keine Freunde dafür habt, dass ihr quasi einfach mit der Schnellsuche hier das Ganze macht und euer Cap voll macht, denn dann kriegt ihr zumindest schon mal ein 445er Teil durch die Quest und danach nochmal ein schönes Teil am Ende der Woche durch die, ähm, durch die Truhe. Diese Truhe von PvP und Mythisch Plus bringen noch etwas und darauf sind wir noch gar nicht eingegangen, nämlich, die bringen euch Azerid-Macht. Und Azerid-Macht ist die, ja, sage ich mal, Super-Währung in WoW, die keiner mag. Darum geht es nämlich, dass ihr hier, ähm, eure, euren Hals, den ihr ja, äh, automatisch beim Leveln bekommt, verbessern könnt und verstärken könnt. Und je höher der ist, desto mehr Fähigkeiten hat er. Das Erste, was ihr freischaltet, ist hier eine Essenz, ein Essenzplatz in der Mitte. Dann kriegt ihr einfach nur mehr Stamina und dann geht es weiter mit einem kleinen Essenzplatz hier, äh, drumherum. Wenn ihr euch jetzt fragt, oh, Essenzen, das hört sich interessant an, das ist gleich unser nächster Schritt auf der Liste, denn ihr solltet schauen, und dazu würde ich euch am besten Wowhead oder so empfehlen, einen Guide anschauen, welche Essenzen sind für eure Klasse am wichtigsten, welche Essenzen benötigt ihr. Und nachdem ihr das rausgefunden habt, auf einem Guide, ähm, solltet ihr quasi starten, langsam auf diese Essenzen hinzuarbeiten. Wie ihr eine Essenz bekommt, zeigt euch das Charakterfenster. Das heißt also, ihr klickt einfach mit Shift-Rechtsklick auf diesen Hals, dann öffnet sich hier alles und hier ist bei euch am Anfang natürlich alles ausgegraut, ihr habt nichts, und dann könnt ihr einfach über so eine, ähm, über so eine Essenz drüberfahren, und seht unten jetzt im Tooltip, also ihr habt den ja gerade vor euch hier, seht ihr die Quelle, Schlachtzug Nihalotha, okay, Nihalotha, Nihalotha, der neue Raid zum Beispiel. Die nächste, die wir hier haben, wäre Reinigungsprotokoll, Quelle Mechagon, ja, das heißt, was muss ich dafür tun? Ihr müsst Ruf beim Frostbolzenwiderstand farmen, und dann bekommt ihr das, ähm, die Kosten dafür sind ein galvanischer Oszillator und zwei Kisten mit Ersatzteilen, ja, der Ort dafür ist Rostbolzen. So könnt ihr sehr schnell rausfinden, was ihr braucht, und im schlimmsten Fall, wenn ihr nicht wisst, wo das ist, oder wie man das bekommt, natürlich nachgoogeln, aber ihr wisst zumindest mal, die Quelle und die Kosten für diese Essenz, okay? Ganz wichtiges, leider ganz wichtiges, muss man dazu sagen, ähm, Teil, um solche Sachen zu bekommen. Falls ihr jetzt jedoch schon einen Hauptcharakter habt, mit dem ihr schon länger spielt, und jetzt gerade erst auf einem Twink seid, und euch dachtet, ja, ich gucke mir das Video trotzdem an, weil ich ja vielleicht mit meinem Twink ja auch was lerne, wie ich schneller an Gier rankomme, und was ich vielleicht davor vergessen hatte. Ganz wichtig, Leute, wenn ihr auf eurem Hauptcharakter in World of Warcraft diese Essenzen schon freigeschalten habt, auf episch, ja, dann könnt ihr die Essenzen auf dem Twink, also auf einem anderen Charakter, nachkaufen. Was ihr dafür braucht, sind Echoes aus Nialota, und die gibt's überall, fast überall, ähm, durch Siegesbelohnung. Also zum Beispiel bekommt ihr die durch gewonnene Arenen, ihr bekommt die aus Mythisch Plus, ihr bekommt die durch World Quest, ähm, Emissaries nennt man das Ganze, hier unten, und, ähm, ja, was noch? Ihr bekommt sie auch durch Übergriffe, die erklären wir gleich, ähm, ich möchte jetzt erstmal noch kurz aufs Gier eingehen, also wir haben das quasi abgeschlossen, Azerid macht, super duper, und hier kriegt ihr quasi eure Essenzen her, wer noch nie gespielt hat, muss leider hier die ganzen Aufgaben erledigen, für die Essenzen, die er sehr gerne hätte. Wichtig zu beachten ist, es gibt Essenzen, die man erheblich schneller bekommt, wenn man jetzt frisch anfängt, und, äh, Essenzen, die man nicht so schnell bekommt, zum Beispiel Blut des Feindes, dafür muss man, ähm, in BGs gehen, und ganz schön viel Ehre farmen, um das zu bekommen. Das ist als Neueinsteiger, eine, die sehr lang dauert, ohne Erinnerung an den Klartraum, da muss man nämlich ziemlich lang questen. Gibt noch andere, die lang dauern, aber ich wollte es nochmal angemerkt haben. So, jetzt seid ihr ja neu in Patch 8.3, und es gibt ja mittlerweile auch den legendären Umhang. Den legendären Umhang startet ihr mit einer Quest bei Valeria, das ist gerade im großen Siegel, wo wir waren, ähm, hier drin gibt es eine neue Quest, Valeria sagt euch dann, yo, komm mal mit zu Magni, wir müssen labern, und da gibt es ein paar Cinematics, ist alles ganz schön gemacht, eine schöne Questline, die ihr durchspielen könnt, und am Ende dieser Questline bekommt ihr euren Umhang, der legendär ist. Und für diesen legendären Umhang, könnt ihr jede Woche Visionen machen, äh, äh, Horrorvisionen, wo ihr, äh, eine Quest kriegt, und dann quasi euren Umhang upgraden könnt. Am Anfang könnt ihr öfters upgraden, das heißt also, ihr könnt mehrere Quests innerhalb von einer Woche abschließen, später wird das Ganze dann ein bisschen schwerer, das Spiel ist einfach drauf ausgelegt, dass es sich ein bisschen in die Länge zieht, und man nicht alles direkt hat. Aber dieser Umhang ist sehr wichtig für euch, denn ab diesem Patch gibt es ja diese Verderbnis, ich habe gerade hier zum Beispiel auf meinem Umhang eine Verderbnis, und, ähm, diese Verderbnis, äh, sind quasi Kiss-Curse-Mechaniken, denn zum einen kriegt ihr mehr Schaden, oder mehr Heilung, ähm, mehr AOE-Schaden, mehr Single-Target-Schaden, äh, durch diese Effekte, zum anderen werdet, werdet ihr aber auch, äh, von einem Auge manchmal umrandet, das euch fast umbringt, oder von einem kleinen, kleinen, äh, Echo von euch selbst, also einem Schatten selbst von euch, werdet ihr verfolgt, äh, das euch töten will, also, deswegen ist es ein bisschen, ja, es ist schwierig zu erklären, ihr müsst einfach damit rumspielen, ihr kriegt auf jeden Fall, irgendwann mal, ähm, diese Verderbnis-Items, und ihr merkt schnell, dass ihr die nicht alle direkt anziehen könnt, weil ihr sonst zu viel Verderbnis habt, und hier rechts bei diesem Im-Charakter, bei diesem Knopf, wenn ihr da drüber fahrt, könnt ihr sehen, was euch alles widerfährt, wie viel Corruption habt ihr, Anfänger-Tipp, geht nicht über 40, sobald ihr 40 habt, schält sich diese Selbstverblendung unten frei, wie ihr seht, und dann kommt das Ding aus dem Jenseits, und verfolgt euch, das ist vielleicht für den Anfänger noch ein bisschen viel, also versucht unter 40 zu bleiben, wie können wir denn unsere Corruption, also unsere Verderbnis, diesen Widerstand erhöhen, Schrägstrich, wie können wir unsere Verderbnis auf uns selbst denn eigentlich verringern, und da kommt jetzt wieder der Umhang ins Spiel, denn jedes Mal, wenn ihr euren Umhang upgradet, könnt ihr Verderbnis-Widerstand dazu gewinnen, und dann könnt ihr quasi mehr solche Teile tragen, und trotzdem weniger Verderbnis auf euch selbst haben, Ich weiß, das ist kein einfaches Thema, für jemanden, der gerade anfängt, aber einfach nur, dass ihr es mal gehört habt, so funktioniert das Ganze, so sieht es aus. Um diesen Umhang abzugraden, beziehungsweise um in diese Vision zu kommen, nach der Questline, müsst ihr persönlich eine neue Währung farmen, und zwar sind das diese manifestierten Visionen, und die bekommt ihr aus einer ganz speziellen Art von Content, und zwar aus den Angriffen von Enzot. Da gibt es einmal einen hier in Pandaria, das Gebiet heißt Tal der ewigen Blüten, und dann gibt es einmal eins hier in Uldum, das ist quasi ganz unten von Kalimdor, wenn ihr quasi hier drüber fahrt, und ihr habt so ein Auge in der Mitte, könnt ihr drüber fahren, und dann seht ihr, wie lange geht der Übergriff oder der Angriff noch, und wie viel Prozent habt ihr schon vom Ziel freigeschalten. Es funktioniert ganz einfach, ihr geht dort rein, tötet Monster, schließt Aktivitäten ab, und irgendwann mal seid ihr quasi bei 100%, dann müsst ihr noch einen großen Boss töten, das schafft ihr aber auch alleine, oder ihr wartet, wenn ihr Angst habt auf andere Leute, um das zu machen. Danach kriegt ihr eine Quest, dass ihr quasi immer zu eurem Questgeber gehen müsst, und kriegt so eine Truhe, in dieser Truhe sind diese manifestierten, äh, manifestierten, wie heißen sie? Manifestierten Manifestationen, moin, ähm, sind diese manifestierten Visionen, und, äh, damit könnt ihr wie gesagt dieses Szenario machen. Es gibt noch eine Möglichkeit, und zwar ist immer hier so ein Pillar, ihr seht das, bei einem dieser Übergriffe, das ist dann quasi der große Übergriff, der gibt dann auch mehr, ähm, mehr Visionen, und bei diesem Pillar hier, könnt ihr jeden Tag eine tägliche Quest machen, und so eine Mini-Vision testen, da werdet ihr aber einfach im Tutorial, wenn ihr euren Umhang holt, werdet ihr da einfach mit durchgelotst. Das heißt also, ihr werdet es schon einmal sehen, auch eine normale Vision, keine Panik, Leute, werdet ihr ganz normal zum ersten Mal sehen, und dann wissen, was da überhaupt abgeht, und ein bisschen was dazu lernen. Dieses, diesen Pillar, wenn ihr ein neuer Spieler seid, auf einen neuen Charakter, solltet ihr täglich abschließen. Die Angriffe, auch immer, wenn sie da sind. Wichtig ist, wir haben ja gerade gelernt, es gibt immer einen, da müsst ihr dann schauen, wo der Pillar ist, es gibt immer einen Hauptangriff, und einen Zweitangriff, ja, und dieser zweite Angriff, der resetet einmal die Woche. Das heißt also, mittwochs ist ja der Hauptreset, da sind die wieder frisch, und dann könnt ihr quasi beide machen, den großen, und jetzt hier, in meinem Fall ist es jetzt hier, der hier, der kleine, und wenn ihr dann fertig seid, sind diese Augen weg, und ihr habt eure Belohnung geholt. und samstags abends, ab 21 Uhr, geht dann der zweite Angriff, also quasi der kleinere Angriff, neu los, und ist dann hier irgendwo anderes auf der Karte, und dann könnt ihr den nochmal machen, und nochmal neue Visionen bekommen. Wirklich wichtig, dieser Umhang bringt euch sehr viel vor euer Überleben, und natürlich mit diesem Corruption Gear sehr wichtig, dass ihr euren Umhang so stark wie möglich macht. Also versucht es unbedingt zu holen, Leute, ist echt nice. Jetzt wissen wir also quasi standardmäßig mal, wie können wir unseren Hals upgraden, wie können wir unseren Umhang upgraden, woher bekommen wir Azerid-Teile, normalerweise, und wie bekommen wir allgemein neues Gear, vor allem wichtig, diese wöchentlichen Kisten, je höher euer Rating, oder euer Schlüsselstein ist, desto höher ist einfach auch euer Gear, und ihr könnt damit schon wirklich schnell an gutes, starkes Gear kommen. So, was wir aber noch gar nicht berührt haben, sind die sogenannten Worldquests. Ihr seht jetzt hier, die skalieren bis 415, könnt jetzt quasi hier sehen, okay, ich habe hier überall Worldquests, hier ist wieder ein Handgelenk, da unten war gerade ein Gürtel, und hier unten links ist ein Azerid-Teil. Ganz wichtig, diese Azerid-Teile sind nicht so tolle, aber für den Anfänger, für den frischen Anfang, wenn ihr noch gar keins habt, oder wenn ihr halt schlechtere habt, helfen diese Worldquests wirklich, um an Azerid-Teile ranzukommen. Das heißt also, schaut da wirklich jeden Tag ein bisschen auf die Map, ob ihr irgendwo ein Teil bekommen könnt, was sich jetzt für euch persönlich richtig lohnt. Hier unten seht ihr diese drei komischen Böppel auf der Quest, ja, Böppel heißt Rundung, keine Ahnung, Knopf, zu viel Schwäbisch, Freunde. Wenn ihr da drüber fahrt, seht ihr, was ihr tun müsst. Zum Beispiel, hier müsst ihr für die Champions von Azeroth Aufgaben erfüllen. Und dann klickt ihr einfach mal hier drauf, und dann sind die rot umrandet, welche Champions von Azeroth Aufgaben sind. Wenn ihr drei, äh, vier Stück, Entschuldigung, Erfüllt habt von diesen Aufgaben, dann ist dieses Teil hier voll, und ihr könnt euch eine schöne Belohnung abholen. Unten steht schon die Belohnung dabei, in diesem Fall nur Artefakt macht. Die bringt euch für euren Hals wieder viel, also könnt ihr die jetzt quasi machen. Wichtig ist, wenn ihr die Quest abgibt, bekommt ihr auch wieder diese Nihalotha Punkte hier, die Echos. Die bringen euch aber nur was, wenn ihr schon Main hattet, und die meisten von euch, die das Video wahrscheinlich anschauen, hatten wahrscheinlich noch keinen Main, das heißt also, Hauptsache, ihr guckt da unten drauf, was es euch bringt. Hier können auch Gegenstände, äh, stehen. Das heißt also, schaut wirklich genau hin. Hier könnte zum Beispiel jetzt ein Gegenstand mit Item Level 445 dastehen, und der wäre ja dann schon interessant, für die meisten neuen Spieler. Ähm, diese Teile hier, ähm, kommen täglich neu, das heißt, ihr seht jetzt die hier, die Champions von Azeroth Quest, geht nur noch 23 Stunden, das heißt, morgen früh ist die hier weg, und die hier ist dann vorne, und hier hinten ist eine neue. Das heißt, da kommt immer jeden Tag eine neue, das heißt, mindestens eine am Tag solltet ihr machen, immer die aktuellste, und ja, die anderen natürlich, wenn ihr seht, dass da was Schönes ist, könnt ihr die auch alle mitmachen, ähm, ja, rennt ja nicht weg. Das System ist dafür gemacht, dass wenn jemand nur alle ein, zwei Tage einloggt, und nicht jeden Tag, dass er dann quasi noch aufholen kann, und sich das Ganze trotzdem, äh, ja, alles holen, und erreichen kann. So, ich glaube, das waren jetzt erstmal die wichtigsten Punkte, was ich als Anfänger, ähm, oder als frischer 120er machen würde. Wie gesagt, wenn ihr, äh, nur auf einem Twink seid gerade, würde ich auch alles das machen, nur halt noch diese Echos von Nile Lothar Farm, für die Essenzen, und wenn ihr ein neuer Spieler seid, dann schaut euch wirklich an, welche Essenzen ihr nebenher, äh, aktiv beackern wollt, die ihr wirklich braucht, denn diese Essenzen sind eine sehr starke, äh, Quelle, wie ihr, äh, ja, einfach mehr Schaden macht, oder mehr heilt, oder mehr aushaltet als Tanks. Also, keep it in mind, sagt man immer so schön, vergesst nicht, denkt dran, dass ihr damit weitermachen müsst. Zu guter Letzt, was ich immer auf meinen Charakteren mache, wenn ich einen neuen starte, ist Raiden. Ich versuche immer einen Twink Raid mitzumachen, äh, ich habe eine Gilde, das heißt, da komme ich also easy in einen Twink Raid rein. Wenn ihr neuer Spieler seid, sucht euch einfach eine aktive Gilde, und fragt mal danach, ob es die Möglichkeit gibt, bei einem Twink Raid mitzumachen. Twink Raid sind nice, eben weil die viel Gier bekommen, äh, weil ihr da viel Gier bekommen könnt. Ihr seht, ich habe auf meinem neuen Charakter hier, auf meinem, äh, Schurke, habe ich jetzt heroisch den Raid gemacht, ähm, für einen neuen Spieler würde es sich sicherlich auch noch normaler Modus lohnen. Das wäre dann Gegenstand Stufe 445, und bei den letzten zwei Bossen, die ihr normal als frischer Spieler wahrscheinlich immer, erst mal nicht seht, wäre es sogar 455. Wenn ihr die nötige Gegenstand Stufe habt, äh, die schauen wir uns gleich an, könnt ihr diesen Raid auch als LFR machen. Looking for Raid heißt das Ganze, da droppt Gegenstand Stufe 430, und, äh, es ist eine einfache Möglichkeit, um ein Gier zu bekommen. Vergesst aber nicht, dass es ein Raid ist, und dass es manchmal echt nervig sein kann, äh, das zu spielen, gerade im LFR, weil halt die Leute doch noch nicht so gut sind, es ist halt eben einfach für Anfänger gemacht, und, äh, manchmal gibt es da ein riesen Shitfest, und man schafft den Boss nicht. Also, das kann sehr zeitaufwendig sein. Äh, wie findet ihr denn den LFR überhaupt? Ihr geht wieder aufs grüne Auge, geht hier unten auf Dungeons und Schlachtzüge, und geht dann hier auf Schlachtzugsbrowser. Wenn ihr hier drin seid, beim Schlachtzugsbrowser, dann könnt ihr hier auswählen, für welchen Raid ihr euch anmelden wollt. Der aktuelle ist Nialota, die erwachte Stadt. Das heißt also, ich empfehle euch nur, die hier unten zu machen. Die alten lohnen sich vom Gier kaum. So, und zu guter Letzt, mein super Surprise-Tipp, mit dem ich am liebsten in eine, äh, in einen Twink-Run starte, ist nämlich, äh, die Warfront, zu deutsch die Kriegsfront. Keine Ahnung, glaub schon. Äh, da flattern wir gerade mal hin, da fliegen wir gerade mal hin, Freunde, und ich zeige euch das Ganze nochmal. Hier gibt es die sogenannte Kriegsfront, und dort könnt ihr mit 30 anderen Leuten, ähm, rein, und, ja, einfach so ein Szenario spielen, und ihr bekommt eine schöne Belohnung. Wichtig ist, dass ihr vorher bei dem Typen hier die Quest annehmt für die Belohnung, aber die ist jetzt gerade nicht da, deswegen kann ich es euch leider hier nicht zeigen. Ist aber echt ein mega, mega Gear-Upgrade. So, wir schauen jetzt einfach mal an, wie es aussieht, und zwar die Schlacht um die Dunkelküste. Äh, unser Hordebeitrag ist bei 98%. Das heißt also, die Schlacht um die Dunkelküste fängt bald an. Und dann könnt ihr dort ein heroisches Teil bekommen, das bedeutet, wenn ihr den heroischen, ähm, wie nennt man das, heroische, äh, Schlacht halt macht, dann könnt ihr ein 460er Teil bekommen, und da kommt man auch gut und gern mal mit einer niedrigen Gegenstandsstufe schon rein, und so ein 460er Teil für einen Anfänger oder einen neuen Jar ist immer toll. Ist immer gut, lohnt sich fast immer, also macht es unbedingt. Ähm, wenn ihr euch hier unten denkt, was sind denn diese blauen, äh, Quest-Gegenstände, äh, Quest-Marks, das sind Dailies, damit könnt ihr quasi eben gerade dieses von mir gezeigte Teil verstärken, und ihr bekommt als Belohnung, als Riedmacht, das heißt also auch wieder für Anfänger, interessant, das hier zu machen. Ihr habt ja gerade gesehen, der Hordebeitrag ist bei 98%, also muss ich hier quasi noch ein bisschen schuften, ähm, alle auf unserem Server oder alle in Europa müssen hier schuften und können jetzt hier Sachen abgeben, zum Beispiel hier Sturmsilbererz, zack, jetzt haben wir schon, boah, das ist 81, nice, cool. Hier müssten wir jetzt zum Beispiel Trank der, äh, Bluteruption kaufen, ja, zwei Stück nur. Ich zeige euch gerade mal, wie das funktioniert. Ihr geht ans Aha, im Normalfall habt ihr nicht so einen Mount, aber ihr lauft einfach jetzt zum Auktionshaus und gebt dann einen Trank, der Blut und dann seht ihr jetzt hier, Bluteruption, da sind die Tränke, da hat jemand die Preise natürlich schnell hochgehauen. Wir kaufen jetzt einfach mal zwei und dann können wir auch diese Quest abgeben, ja. Ähm, meistens machen Anfänger den Fehler, dass sie das Zeug dann teuer kaufen und aber gar nicht so viel Gold haben. Schaut euch einfach an, wie viel Gold habt ihr denn gerade zur Verfügung oder könnt ihr es vielleicht selber farmen, äh, ansonsten lasst ihr die einfach auch mal übrig und, äh, tut lieber Questen und so eure, äh, euer Halslevel pushen. So, Quest beenden. Boom, jetzt haben wir alles für heute getan. Wir haben insgesamt durch diese drei Quests jetzt 1500 Azerid, äh, oder Artefaktmacht bekommen und, äh, das lohnt sich natürlich schon. So, wenn wir jetzt hier hinschauen, Hordebeitrag ist immer noch bei 98%. Das heißt also, demnächst startet das Ganze, wenn, äh, die nächsten Leute einloggen und dann können wir da wirklich unser 4,60er Teil abholen. Ich freue mich schon drauf auf diesem Char, denn wir haben noch das ein oder andere Teil, wo wir noch ein 4,60er brauchen würden. Da bin ich mal gespannt, was wir rausbekommen. So, das war jetzt ein mega langes Video, Leute, und ich weiß, es war sehr an die Anfänger von euch gerichtet. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen für euch klären, euch ein bisschen zeigen, wie was funktioniert. Ähm, mir wurde nahegelegt, dass solche Videos interessant sind, gerade für Anfänger, dass, ähm, wir da einfach ein bisschen als Community den Leuten was zeigen sollen. Deswegen, wie gesagt, 40 Minuten Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gesehen und, äh, ja, ihr habt jetzt viel Spaß in World of Warcraft und kriegt richtig viel Gier und, äh, ja, lauft die höchsten Dungeons, die ihr könnt und macht dicke PvP. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich darüber freuen, dass ihr es euren Freunden teilt oder, dass ihr, äh, den Like-Button drückt. Ähm, ansonsten, wer Live-Content sehen will oder mich live mal was fragen möchte, ich bin jeden Tag so circa 15 Uhr, gerade dank Covid, auf Twitch unterwegs. Das heißt, kommt einfach rein und wir können zusammen chillen und Spaß haben. Ich nehme auch immer mal wieder jemanden mit für so einen Dungeon in der Community und wenn ich einen neuen Jar-Level, dann, äh, so oder so. Deswegen also, wer Dungeons braucht oder gerne einen mitgehen würde, der kann sich da auch mal erkundigen. Viel Spaß, Leute, bis zum nächsten Mal, haut da rein, und ciao.